So, in Bezug auf unseren zweiten Technikteil, wo wir auch auf Bürsten und bürstenlose Motoren eingegangen sind, das aber auch nur anhand einer Picasso-ähnlichen Zeichnung vorführen konnten, haben wir jetzt freundlicherweise von einem netten Mitarbeiter der Firma Milwaukee zwei 1 zu 1 Modelle zugeschickt bekommen. Ich gehe kurz auf den Bürstenmotor ein und unser Posse geht dann auf den bürstenlosen Motor ein. Na toll. Freue er sich. Ja, ja, hello. Das ist also ein Bürstenmotor. Warum Bürstenmotor? Der hat Kohlebürsten. Im zusammengebauten Zustand kann man das nicht so super sehen. Hier hinter diesen Kunststoffkappen, ich hoffe, das Licht fällt so einigermaßen da rein, sitzen diese Kohlebürsten. Das ist doch gleich, wo die Gabel reingehen. Da sitzt die Kohlebürsten. Ja, da halt. Sitzen waagerecht zur Motorwelle gerichtet, um hier drunter, dieses super Bauteil nennt sich Kollektor. Die drücken da drauf, um die Strom zu übertragen. Nachteil dabei, der Kollektor dreht sich, sitzt ja an der Motorwelle, muss ich ja drehen, schleift dabei die Kohlen runter. Also haben wir hier schon mal zwei Verschleißteile innerhalb des Motors, die dann nach zig Betriebsstunden auch irgendwann mal runter sind. Dankeschön. Hier sieht man das so ein bisschen, diese Schleifspuren von der Drehung, die sitzen natürlich nicht da drin, das ist jetzt von einem Winkelschleifer, nur dass man es mal sieht. So sieht so eine Kohlebürste im ausgebauten Zustand aus. Und die sind dann auch immer so ein Ticken länger und mit Betriebsstunden werden die kleiner. Am Motor selber haben wir nur ein Plus- und ein Minuskabel. Und hier vorne, das ist speziell für ein Modell der Akkuschrauber, sitzt dann je nachdem auch eine andere Platte drauf oder andere Hersteller benutzen andere Haltevorrichtungen. Und hier vorne ist dann das Motorritzel, was ins Getriebe greift und unser Bohrfutter drehen lässt. Wie bin ich jetzt dran? Du darfst, wenn du möchtest. Also gut. Nun haben wir ja jetzt den bürstengetriebenen Motor gesehen. Jetzt kommt der bürstenlose Motor. Einen von der Optik fällt schon auf, der ist um einiges kürzer. Und der hat natürlich auch diese, deswegen heißt er ja bürstenlos, ne? Ich meine, wo muss er herkommen? Der hat diese Kohlen, die hier drin eh nicht zu sehen sind, auch nicht. Das heißt, man kann den Kern jetzt hier entfernen. So. Unterschied ist eben der, wir haben hier einen Permanentmagneten im inneren Bereich des Motors. Also quasi genau andersrum wie hier. Das hat zur Folge, dass wir natürlich, um die Polarität zu ändern, müssen wir natürlich das sogenannte Feld rotieren lassen. Das hinzukriegen ist natürlich nicht so ganz einfach. Dafür ist dann diese wunderschöne Platine hier hinten zuständig. Und man möge mich fragen, wofür diese tausend Kabel sind. Ich weiß es selber nicht. Jedenfalls bewirkt es das, dass das Feld, also Plus und Minus, ständig gedreht wird. Und da sich das dann, da sich die Pole abstoßen, dreht sich dann das Innenteil, also der Permanentmagnet in dem Fall. Ansonsten ist im Prinzip das Gleiche dann hinterher. Das heißt, diese Ritzel greifen ins Getriebe und übertragen die Energie oder Kraft. Was natürlich jetzt noch dazu kommt, das haben wir im Technikteil ja schon erwähnt, wir haben wesentlich höhere Effektivität, was diesen Motor angeht. Und auch dadurch, dass der Kern dementsprechend schwerer ist oder schwerer gemacht werden kann, natürlich auch ein höheres Drehmoment im Vergleich zu so einem kleinen Modell hier. Ja, falls noch irgendwelche Fragen auftauchen sollten, dann besucht uns hier im Laden oder ruft uns an oder schreibt uns und wir werden uns dazu weiter äußern. Genau. Habe ich was vergessen? Nein. Ich denke nicht. Alles weitere Neuerungen etc. im nächsten Technikteil, den wir denn demnächst veröffentlichen werden. Ja, da weiß ich ja noch gar nichts von.